Auf meinen Worten. Und stell dir mal einfach so vor deiner geistigen Leinwand vor, wie du zu Hause vor einem Spiegel stehst, wie du gern ganz tief in deine eigenen Augen schaust und nimm dich dabei mal ganz bewusst wahr. Nimm dich ganz bewusst wahr. Und spreche nun meine Gedanken und meine Worte nach. Ich verpflichte mich, in der Zone meiner schöpferischen Genialität, zu leben, jetzt und immer da. Vitalität, Energie, Harmonie und Erfüllung kommen schnell und spielschleifend zum Wohle aller zu mir. Ich erlaube es mir, reich, gesund und glücklich zu sein. Tag für Tag öffne ich mich und entfalte ich mich. Ich öffne mich der Gesundheit, dem Erfolg, dem Reichtum, der Liebe und ich inspiriere auch die Menschen in meinem Umfeld, es mir darin, gleich zu tun. Jetzt spür mal, wie diese Worte in dir wirken. Und mach mal mit mir einen Sprung in die Zukunft. Es ist der 6. Mai 2020. Du stehst wieder vor deinem Spiegel, du schaust dir wieder tief in die Augen und nimmst dich dabei ganz bewusst wahr. Und du bist jetzt voller Stolz erfüllt über deine Vitalität, über deine Energie. Du hast jeden Tag etwas für deine körperliche Gesundheit getan. Du hast dich bewusst ernährt, du hast dich bewusst bewegt, du hast dich bewusst entspannt. Du hast jeden Tag auch etwas für deine geistige Gesundheit getan. Du hast Bücher gelesen, du hast dich mit Kursen und Seminaren weiterentwickelt, du hast Wörtbücher gelesen, gehört und hast auch dein Beziehungsnetzwerk systematisch aufgebaut. Die Menschen suchen jetzt deine Nähe, weil du eine Atmosphäre von Wachstum und Inspiration schaffst. Du bist ein wahrer Wohlfühlen-Experte geworden. Dein Beruf erfüllt dich. Er bereitet dir jeden Tag Freude und er macht dich glücklich. Ja, du verdienst sogar überdurchschnittlich Geld und lebst so in Fülle von Reichtum und Wohlstand. Du selber bist voller Liebe und gibst der Welt einen Sinn und lebst deine ganz individuelle persönliche Lebensaufgabe. Du bist voller Dankbarkeit und spürst in deinen Körper dieses wohlige Gefühl. Gehe mit deiner Hand mal an die Stelle von dem Gefühl, wo du es gerade jetzt spürst und integriere dieses Prickeln von Glück, von Neidenschaft, von Energie und genieße es. Genieße dieses starke Gefühl. Merke dieses tiefe Gefühl, dieses starke Gefühl und mach dich jetzt mal mit diesem starke Gefühl wieder zurück ins Hirn jetzt, heute im 6. Mai 2017. Du stehst wieder vor deinem Spiegel, schaust dich in den Spiegel an, nimmst dich bewusst wahr und weißt aber, das ist jetzt. Aber das Gefühl, dieses starke Gefühl ist jeden Moment bei dir. Du weißt, du kannst jederzeit, wann immer du willst, die Augen schließen, kannst dich vor deinen Spiegel anschauen und wirst dich selber von diesem Gefühl, nur daran gefühlt. Du merkst, dass du voller Energie bist. Du kannst die Energie jederzeit, wann immer du willst, herholen. Und du weißt, wenn du jetzt gleich die Augen aufmachst, bist du in einem vollen Spitzenzustand. Du bist voller Energie, du bist voller Optimismus und du wirst alles dafür tun, es immer wieder, jeden Tag in der Form leben zu können. Deswegen mach jetzt die Augen auf. Du bist hellwacht, du bist topfit, du bist in einem Spitzenzustand. Und du gibst jetzt deine Nachbarn einen High-Five und sagst, ich bin Spitze. So, bleiben wir stehen noch. Du wirst ein Spiegel. Bleiben wir stehen, ganz kurz.